Ja Mensch, es war doch langsam mal Zeit. Der Umbau, die neue Küche. Wir haben ja auch nie eine richtige Einweihungsparty gemacht. Ja wegen der Trennung. Stefan. Ja und wie sieht es bei euch mit Kindern? Kinderwunsch? Oder ein Hund? Takt, Anstand, Benehmen. Na ja, ein Hund macht in der Familie auch komplett. Muss ja nicht immer nur ein Kind sein. Ich bin bitte der einzige Schwule. Was ist denn da drin? Trüffel. Frisch? Nee, Öl. Gibt es von uns auf dem Markt. Ich denke... Nein, das ist systemisch das Problem. Aber ich versuche einfach im Kleinen was zu machen, so was ich kaufe. Flüchtlinge ist nicht ganz politisch korrekt. Du sagst jetzt eher Geflüchtete. Das kannst du dann auch gendern. Bei Ing am Ende, da denkst du immer an Opfer. Beziehungen können auch schön sein, Anna. Klar. Ich denke manchmal, du kapierst das nicht. Was soll das jetzt heißen? Na ja, du bist schon so lange Single. Du bist Scheidungskind. Aber du schon, ne? Du hast ja diese wahnsinnig tolle Beziehung. Baby schläft nebenan. Ganz toll alles. Aber vielleicht auch alles glücklich? Zufall, oder? Papa! Wenn er... Wenn die beiden... Wenn du... Was? Wenn ich?